Fantasy SPC von Chris Führig, verdiente Karte, kostet 110.000, wir müssen nur 2 Teams abgeben, ein 84er und ein 85er Team, Arbeitsrate hochmittel, 5 Sterne Spezialbewegung, sehr stark und 4 Sterne schwacher Fuß, die Ingame Stats sehen echt gut aus, Tempo 90, Schuss 86, Passspiel 85, Dribbling 90, Ausdauer 91, 7 Spielstile, leider nur 1 Spielstil plus, Technik, ich habe ihn mit Hunter gespielt, hat er 98 Tempo und 92. Die Karte kann 4 Upgrades bekommen, der VfB spielt ein richtig starkes Song, Führig ist gesetzt beim VfB, also 3 Upgrades sind safe drin, mir hat die Karte richtig viel Spaß gemacht, kann man auf jeden Fall machen.